Jo Leute herzlich willkommen zurück zu Lucky Troll Die Trolls sind wieder am Start mit dabei diesmal die Elena aka Angel Gaming Ihr habt euch das letzte mal für die Onyx Blöcke entschieden als Gegner Und da man die äh nicht also man kann sie schon aufwerten Aber es gibt ein Bug wenn man die aufwertet Deswegen habe ich jetzt ein Stack Troll Lucky Blöcke und sie ein Stack Onyx Lucky Blöcke Ich würde sagen wir gehen jetzt aus dem Game Mode raus und fangen direkt an die aufzumachen So ich bin schon gut dabei Ja wow ich kriege aus dem Geschenk Kaktus Kann da nicht irgendwie Illuminati Zeug rauskommen? Wow Nee bitte nicht Ja doch Also ich habe fast schon eine komplette Rüstung Autsch Geil Oh ne Ich kriege hier gerade nur komisches Zeug Ich bin gefangen in einem Gefängnis Und komme nicht Ja you are going to die in two, one, tot Tschüss Wunder, Wunder, oh mein Gott Ja jetzt kommen ja auch noch übertrieben viele Mobs Ich bin erstmal weg Ich habe keine Ahnung was die Rüstung hier davon am besten ist Nein, 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 nein Weiß nicht, also ich denke mal wenn die Rüstung, wenn die Blöcke Onyx Blöcke heißen Dann wird wohl die Onyx Rüstung die beste sein Wäre mal so eine Vermutung Kann gut sein Nein, nein, nein Ah, ficken, your pizza wish came true Aber ich glaube die werde ich gegen die Onyx Blöcke nicht einsetzen, das wäre zu OP Ich bin okay Vor allem weil die Onyx Blöcke wurden ja von einem Zuschauer gecodet Okay Oh mein Gott Ja jetzt komme ich hier nicht mal mehr raus Wow Slash kill Wo bist du? Nix, wieder so ein komisches Gefängnis, wo dann so Ambosse Ja da gehörst du auch einfach dein Ist das die Mehrzahl von Ambosse? Hast du es jetzt noch nicht eingesehen? Wir müssen natürlich auch direkt nochmal schnell Leg 1 machen Dann wäre erstmal alles weg, was leckt Ja, ich habe hier nur Crap Zack, zack Das kommt alles weg Oh, das wollte ich nicht wegwerfen Ey Ich mache mal kurz Leg 1, okay? Mhm Richtig behindert gerade Ich kriege, oh mein Gott, einen Emperor Und der hat natürlich meine Rüstung kaputt gemacht Diese Missgeburt Nope, ich wollte keinen Wither Nein, es ist der Emperor weg, ich hätte ihn killen können Vielleicht Oder auch nicht Ich weiß es nicht, egal Ich hätte ihn wahrscheinlich eh nicht down gekriegt Da kommen Hexen Oh mein Gott Also wieder so viel Selbstbewusstsein am Start Es wäre so schön, wenn ich einen Netherstar kriegen würde Es wäre unglaublich geil Das kann doch jetzt nicht wahr sein Ja, ich war kein Netherstar, finde ich Schon wieder in so ein Ding Ich komme nicht raus Nein, nein, nein Nein, ich habe gerade Illuminati Oh Mann, jetzt ist explodiert Oh Mann Hilfe Ich muss nachher mal wirklich nachgucken Die mögen dich Blech 1 Ich muss nachher wirklich mal nachgucken Was da für ein Illuminati-Teil rausgekommen ist Das explodiert ist Vielleicht sehe ich das Gerade habe ich es nicht gesehen Was ist denn das hier wieder? Muss ich daraus auch Rüstung machen? Rüstung Oh, nice Moment Ich kann die doch aufwerten Oh mein Gott Oh mein Oh, ich habe es doch bekommen Oh, ich habe es nur übersehen Ich habe gewonnen Nein, als ob Ich habe es gewonnen Ich habe die Chessblade Oh, nicht an er Was für ein Glück Was für ein Glück Oh mein Gott Aber ich habe Goldkarotten Das heißt, ich kann die Blöcke einfach aufwerten Ach Mann Ich habe einen neuen Attack Damaged Fort Okay Neun Was ist bitter Was wollte ich noch machen? Äh Habe ich jetzt gerade meine Oh, ich habe die weggeworfen Das war es? Ich habe gerade meine Trollblöcke weggeworfen Aus Versehen Kannst du mir gerne da einfach liegen lassen Ich habe auch nichts dagegen Also, ne? Hä, warum kann ich die nicht aufsammeln? Das ist richtig dumm Hä, was ist das? Ich komme schon Ich kann sie bestimmt aufsammeln Ah, jetzt habe ich sie Ha, ha, ha Verschwind Ey, ich muss hier mal ein bisschen Platz schaffen In meinen Ey Ja Kriegst du doch eben Spino Ich habe ein halbes Herz Ich will mich mal umsehen Oh, Stack Pizza Ui Als ob du jetzt einen Stack Pizza hast Ja Verschwind, du willst mir nur Sachen klauen Nein Ich stalke dich nur ganz lieb und nett Weg Respawn Ja, das Schade, wir müssen jetzt gespawn Tja Ja Oh mein Go Ja, es reg Das schwind Du hast eh keine Chance Ich weiß nicht, was du meinst Ich weiß nicht, was du meinst Richtig assi, Mann Hör doch auf Okay, jetzt Das war es Alter Ja Geht's dir noch gut Ja Okay, ich glaube, ich wäre fertig Ich nehme jetzt noch meinen Trollstick So Ich könnte dir eine gute Rüstung geben, wenn du magst Die ist enchanted, hallo Ach, mittlerweile Ich weiß doch eh, dass ich verlieren werde Ja Ja, vielleicht Vielleicht auch nicht Wir machen jetzt Slash DM Ui So Leute Wir sind jetzt auf der Deathmatch Map Und ich würde sagen 3, 2, 1 Es geht los Nein, warum leckt es? Oder auch nicht Was, es leckt? Nein Hängst du noch oder was? Nein, nein, geht's Okay, ich komme jetzt Ich muss halt nur Schäder rausmachen Wäre dann doch etwas blöd Ich komme jetzt Was machst du da? Ich glaube, ich muss posten Und du musst nur stehen bleiben Wax Hä? Au, nein Komm her Okay, ich würde sagen, nächste Runde, 3, 2, 1, go. Na, wo ist sie? Darf ich sie wegspülen? Nein, nein, Schach, nein. Nein, 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 nein. Ja, sie fällt einfach runter. Ich dachte, ich wäre hoch genug, das ist doch so unfair. Ich glaube, ich bin jetzt schon auf, mich hochzubauen. Wie viele Dinge hast du denn davon? Äh, 15 Stück noch. Was? Was? Okay, okay, okay. Ich würde aber sagen, das runterfallen, das zählt nicht. Ich bin heute mal nett. Aber 3, 2, 1, es geht weiter. Du willst mich jetzt noch lieber ehrenwürdig noch mal zweimal abschlachten, ne? Was? 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 Was hast du gemacht? Was ist das für ein Bogen, Alter? Ey, was? Was? Oh mein Gott. Ey, ist das nicht dein Ernst? Okay, also ich würde jetzt einfach mal sagen, 3, 2, 1, es geht weiter. Ey, was ist das für ein Bogen? Oh mein Gott. Wo ist denn die überhaupt? Ach, da oben. Bleib doch stehen und leck dich hier so drum. Wie lecken? Möchte ganz kurz und dann treffe ich dich nicht. Nein. Hopp! Nein, verdammte Scheiße! Ja. Weißt du, was das schön ist? Der Bogen hat Unendlichkeit und ich habe noch zwei Stacks Feindle sowieso. Oh mein Gott, Alter. Jetzt reicht's. Jetzt. Reicht's. Warte, ich muss kurz killen machen, ich bekomme Hunger. Okay, ich würde jetzt einfach sagen, 3, 2, 1. Steht übrigens 2, 1 für die Ohrnichtblöcke, nur um das mal anzumerken. Das kann doch echt nicht wahr sein, ey. Siehst du doch, dass das wahr sein kann? Wo bist du? Keine Ahnung. Hä? Wo bist du? Du hast ne Potion. Hä? Du hast ne Potion. Vielleicht. Ich seh dich, ich hab die Partikel. Du warst unsichtbar. Du Hund! Wo bist du? Keine Ahnung. Das ist unfair. Wie sie sich immer alle verstecken müssen. Ja, natürlich. Ich hätte mir deine Illuminati-Scheiße angekauft und dann noch was, was ich für zig Bomben machst. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Na, komm her. Nein. Nein, nein. Komm her. Ja. Ja. Unfair. Hey, ich hab dich auf. Mein Bogen war nicht voll gespannt. Nein. Okay. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, es steht 2-2. Moment. Ich muss kurz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab gerade einen Trank getrunken. Und er hat mir einfach unendlich Herzen gegeben. Und ich heile mich so schnell voll. Okay. 3, 2, 1. Es geht los. Oh mein Gott. Also wenn du mich damit jetzt hittest. Ich glaube nicht. Ja, wie sie sich einbaut, Mann. Leider war stehen. Nein, nicht schon wieder. Junge. Nein. Yes. Tschüss. Ich sehe dich fliegen. Ja, ja. Nice. Nice. Hey, warte. Hast du noch die Potion? Warte. Warte, warte. Schieß mal. Du hast mir gerade ein Viertelherzen abgezogen, aber ich regeneriere so schnell. Das war eine richtig krasse Potion. Und tschüss. Oh Mann. Nein. Wer treust dich, Beste? Nein. Tschüss. Aber Leute, ich hätte nicht gedacht, dass das Battle gegen die Onyx Lucky Blocks so spannend wird durch diesen Bogen. Hey, der Gottbo, da steht auch nur, er ist unzerstörbar und hat plus Damage und plus Flame. Okay, stärker 1000, aber. Nice. Aber gegen Illuminatis sozusagen, das hat mich jetzt doch schon gewundert. Ja, mich auch. Wenn es euch gefallen hat, Leute, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schaut bei der Elena vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Stimmt auf jeden Fall für die nächsten Lucky Blocks ab. Oben rechts bei dem A-Saubezeichen. Und tschüss.